Ja, hat er gemacht. Komm, gib um den Ding. Aber richtig mit Schreien, Axel. Komm, mit Schreien. Komm jetzt. Yes, baby. Jungs. Ich würde sagen, du musst bald zum Arzt gehen, weil du den Kopf nicht so drüber, Jungs. Na, wo denn sonst, Mann? Ich muss dir nochmal sagen, ich will es echt scheiße, dass ihr nicht zu Hertha kommt. Da scheiß DSF, der Ackenriching, Hertha-Fan. Das Problem ist, wir müssen arbeiten, Junge. Ja, arbeiten, arbeiten. Hartarbeit. Ich darf für Hertha heben wir mal hin. Wo bist du denn am Montag? Welchen Block? Ja, ich bin mal neben der Korre, neben dem O-Block. Achso. Gut. Na, wenn du sind mal am Block A, wenn überhaupt, ne? Block A. Da sind nämlich die Helden. Wieso die Helden? Na, da sind die Helden. Ja, die Helden, ja. Du kannst euch auch mal ansprechen, wenn du willst. Sag mal, das soll nicht so schön sein, wo. Hallo? Hallo. Wer uns mal... Einmal. Die Grüße an meine Kinder. Ja. Wir sind ja drei Typen, was? Gut. Das ist geil. Komm, sag mal rein. Du musst cool, sag mal was. Wo kommst denn her? Na, soll ich raten? Willst du reiseheben? Komm, wach auf, Penner. Sag mal Keule, dann.